Hä? Was ist denn los? Willst du gar nicht mehr Erster werden? Ich bin vor dir, alles gut. Das ist mein Hauptziel. Ich bin zweiter, wo bist du? Du kannst nach Hause gehen, du kannst nach Hause gehen, du kannst nach Hause gehen, du kannst nach Hause gehen. Die hast du erst zwei Wochen und brauchst jetzt schon, die soll nach Hause gehen? Ja genau, so ist das. Es geht schneller. Ja, du kannst wieder rampeln. Ich habe nicht gerämpelt, ich habe Kontakt gesucht. Ja. Das hast du bei mir auch gesagt. Sonst freils kämpfen, wenn du Kontakt ziehen suchst. Und Rämpel darf nur ich bei ihr. Siehste? Das geht schon wieder gut los. Siehste? Sorry. Sorry. Alles gut. Ey, wenn ich scheiße fahre, dann gibt es mir leider. Aber ich habe jetzt ein Nüchel von mir denken. Ich merke, ich werde was, was? Nüchel. Achso. Ich muss hier noch beibringen. Wieso? Knie zu nie vor dir? Nee, sie sitzt da man so. Nee, die Hand da weg. Nehmen die Hand da weg. Auch wenn die Palme steht. Nein, du darfst nicht ran. Ich weiß. Eingebrettet. Enrico suchst zu freunden Schatz, du kannst die Schaltung übernehmen. Genau. Ich kann so in die Rennen fahren. Ich kann so in die Rennen fahren. Geht ihr wieder die komplett bei der Runde? Oh, Alter, Leute. Oh, Enrico. Sorry. Ne, das war mit 80. Was haben wir genau gesehen? Ich gehe immer raus und vorbeileide. Ja. Wir haben ja wieder alles aufgehalten. Genau. Ich. Ich gucke mal das Ganze von Linkmann. Das war der Fall. Das war der Fall. Das ist normalerweise zu dir. Weißt du, es ist so? Das ist einfach ein paar. Das wird aber gut aufgeräumt. Hier gehen wir weg. Hey. Das war keine Absicht. Nö. Du hast nur eine gebremste Schwanz. Das wird schon. Ich bin kommentiert. Moment halt. Ja. Das wird dann auch persönlich hier, ne? Aber. Hauptsache, ich schieße den Rekord. Das war ja eine separaten. Enrico hast du eigentlich meinen Stream an? Ich hab entfühlen. Da hört man euch alle ja, ne? Das wird gut. Das sollte eigentlich sein. Nein, ich kann eingefangen sich gestern wieder Dings ausgemacht hatte. Du hast ja das Party teilen. Aber anscheinend geht es immer von alleine wieder an. Komm mal auf den Doppel zu schreiben. Ich schreibe nicht. Ey Kev. Ich will, dass du nicht bist bei allen willst, aber hör auf bitte Mist. Dann machen sie es mal alle Berge. Nur weil du hier so einen Quatsch machst. Ich mach gar nichts. Ich mach mal auf fixieren. 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 Nein, Maury ist nicht mehr. Ist vorbei. Ja, war da. Bitte was du fast hast. Ja, aime ich auch mal so auf Magnomie. Ja, nein. Oh. Auch malún46 bin, aber ich hab mal so gut gefangen. Ja, ich hab da nicht. Da bist du auch ein wenig. Ich hab mir auch sie wieder. Oh mein 나서uer Kanal Bulcke dannbsgerät als�verzt kannst veramenteiskaht. Ja, ich hab nochmal daten. mit dem moment bist du bist du da links hast du da drücken oder weg rechts direkt vor mir weggehauen ich bin die 12 was er trinkt wir machen so viel zum thema du kriegst du nicht mehr weiß drei runden haben wir hängt er mir am windschatten da ja morgen was soll ich machen wo man muss ich einlenken du hast echt den vorteil mit dem windschatten der aufholen ist ja auch ein ob das war jetzt naja ich muss irgendwann rein ich habe Ja, wo soll ich denn hin? Zu Kev? Im Feuerpass? Oh! Ich hatte so gehofft, ihr werdet euch da vorne nicht einig und ich kann das Ding hier noch irgendwie nach Hause fahren. Maurits, gutes Rennen. Danke. Ich hoffe mal ganz kurz aufs Klo gehen im Moment. Ja, jetzt ist eh Schluss mit der Playlist. Das reicht trotzdem glaube ich nicht, um wieder erster zu sein und das Ding heute zu gewinnen. Ich glaube nicht. Dafür wird das vorne zu eingewiesen sein mit. Herzhaft nicht. Ich warte mal, das war das Rendergebnis. Okay, alles gut. Ich habe auch nicht gesagt. Nee, ich dachte, es wäre schon ein bisschen. Aber jetzt wäre es ja quasi mit weniger Bänden. Doch, jawohl. Ich habe heute immer die Playlist gewohnt. Aber jetzt habe ich Feuer machen. Guck mal, Enrico, jetzt hast du auch einen Punkt gekriegt. Geil, das stimmt. Und zwar ist es wie immer da, wo sie hingehört. So, dann ist jetzt Schluss hier. Leider, gerade bei RPG-Version, Schütz-Surgents. Dann würde ich auch noch mal auf Klo. Dann starten, wer macht den Haus wegen Franklin? Na, du? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich da was brauche. Na, das Büro. Ja, siehst du, dann kann man es auch nicht machen. Wenn du nichts vorbereitest, wenn du nicht kümmerst, das kann man so machen. Ich gucke, ich verteuere das Ding. Jetzt ist das Büro. 30.000 Millionen wahrscheinlich. 2,7 Millionen. Ich habe das, wenn du hast, die Kohle hier. Ich habe nur 1, irgendwas Millionen. Käft, dann fragt er nie, ob wir das alle machen können. Wenn du, na, ja, ich würde, nee, alles gut, dann machen wir es nicht. Passt, machen wir es anderes. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Ciao. Sehr gut, bye. Ich gehe trotzdem auf Klo.